Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde, wissen wir noch gar nicht, wie wir diese Projekte nennen, eine Quatschrunde. Heute mit BossGuard, mit dabei live Johnny und Cerus. Hallo. So, natürlich BossGuard, wie man schon sieht, beziehungsweise jetzt sieht, ich bin der Riesenpömpel und die drei und ein paar NPCs wollen mich tatsächlich töten. Und ich muss sie eigentlich davon abhalten, dass ich euch alle... Okay, damit schlage ich zu und ich bin ein Pömpel, der kann durch die Gegend springen. Okay, so weit, so hübsch. Ich habe natürlich auch bestimmte Bossfähigkeiten, wie man verständlicherweise versteht. Ich kann doch hier rüber springen, damit ich mich fertig machen kann. Er hat auf, mich zu belästigen. Ich muss die Toilette reinigen. Und wahrscheinlich seid ihr die Verstopfung hier. Aha. Erstmal das. Ich rufe noch ein paar Bossgegner, äh, ein paar... Ah, schön. Ah, Flammen-Turrets rufe ich. Ich heile mich ein bisschen. Ja, weil ihr habt das verdient. Alter, dieser Turret da, ne? Ich bin kein böser Pömpel. Ihr regt mich voll auf. Da hast du einen Egel in deinem Stiel drin. Was soll das? Weil er verdient. Ich mache euch fertig. Kommt her jetzt. Ich rufe noch mal die Flammen zu Hilfe. Boss Rage. Jetzt reicht es. Jetzt habt ihr es geschafft. Komm her. Jetzt reicht es. Jetzt mache ich euch alle... Da, nein, nein. Pimpel ihn zu Tode. Das ist so doof. Das ist super. Komm her. Ich weiß nicht, aber selber. Da ist noch ein Gegner. Ja, den kann ich noch erwischen. Ich brauche mehr Hilfe. Heilung, Heilung. Ich fass es nicht. Ey, die haben mich so easy weggemacht. Vikings win. Ey, ich fass es nicht. Ines, das bin ich. Play of the game oder... Play of the game. Ich glaube... Jetzt reicht es. Okay, okay, okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, toll. Nob. Low number of Rage-Kills. Dodgy dodge. Ja, ich skipp das jetzt einfach mal ganz schnell. Wir nehmen auch mal einen anderen Boss. Komm her. Der ist ein bisschen überfiegt. Wer hat das Brot? Oh, der Würfel. Ich will erstmal den Würfel. Der Würfel, da weiß ich wenigstens noch ein bisschen was... Oh, mein Gott. Reicht es nicht. Die Cuterie. Sie ist da. 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 Äh. Männlich. Männlich. Süß, süß, süß. Hallo. Die Musik dazu einfach. Guck mal, da im Hintergrund. Knuffig. So, ich weiß gar nicht mehr, was meine Fähigkeiten waren. Ich glaube, ja genau. Ich muss mich entscheiden, wo ich hin... Ja, wo ich hinwürfeln will. Meine Augen haben bestimmte Fähigkeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Was war denn das? Ah, genau. Ich kann euch ranziehen. Haha. Ich hab Tentakelaugen. Hahaha. Ja, und jetzt roll ich über euch rüber. Komm her. Ja, komm ran. Ja. Erstmal ein bisschen heilen. Jetzt ruf ich noch meine Häschen. Schergen. Hilfe. Oh, ich roll euch über. Einen Haufen. Äh, Boss. Nein, nein. Boss Rage. Komm her. Ich glaube, mit meinem Pümpel habe ich irgendwie meine Fähigkeit nicht so richtig eingesetzt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Na, das kann, das kann man gehen. Oh, ich wurde geslaut, ihr Schweine. Signis, wie? Ich werde hier... Alter, wer war das denn? Immer eine Versteuerung ist vertauscht. Das war ich. Häschen, Häschen zur Hilfe. Tauerbanger ist nicht. Nein, nein. Hör damit. Ich schiebe. Oh, geil. Äh, er ist einmal... Oh, komm her. Ich muss hier mal ganz kurz ein paar Leute umbringen. Haha. Im Hintergrund haben wir hier mal einen Discord reden hören. Finde ich gut. Ich weiß immer noch nicht, wo die Einstellung dafür ist. Ich muss das mal ändern. Alter, ihr werdet... Ihr... Sollt mal endlich sterben, ihr Säcke. Nee, das will ich aber nicht. Ich hab schon wieder Rage. Immer her damit. Komm her. Ich mochte euch alle. Den da noch. Wer ist denn das da mit den Sperren? Komm mal her. Ja. Nein, nein. Doch, doch. Komm her. Abwischt. Häschen, zur Hilfe. Sie sind überall. Nein. Ah, der kriegt da voll auf die Fresse. Alter. Ich bin anscheinend ein... Oh, was soll das denn? Anscheinend bin ich ein insaneer Boss. Du bist auf jeden Fall ein Würfel. Ja, ja, ja. Komm her. Du willst du nicht mehr fett. Nein, leider nicht. Achso. Falsche Tasten. Oh, hier kommen wir ja nicht mal in die zweite Phase. Ich mach einfach mal ein Schild an. Ja, das... Das warst du doch schon. Du hast doch noch ganz wenig Leben da oben. Ja, das ist die erste Phase. Ich bin ja noch nicht mal der insanee Bösewürfel. Na komm, ich lass euch mal in die zweite Phase kommen. Weil ich so ein netter bin. Ich bin halt ein Nahkämpfer und hier ist der Nahkampf nicht gerade günstig. Irgendwie nicht. Obwohl du siehst, wo ich hingehe. Ja, ja, aber trotzdem ist es hier nicht günstig. Jetzt geht's rund. Jetzt ist ja der Bösewürfel. Jetzt reicht's. Komm her. Obwohl dieses Ranziehen echt mies ist, glaub ich. Wenn man damit erwischt wird. Also bei den sechs Augen sollte man nicht stehen. Häschen! Häschen, schneller! Nee, 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 lass mal lieber. Oder mich los. Wer ist das da? Wer ist das? Was da ist? Geh weg! Alive, komm her! Geh weg! Hier ist jetzt vorbei für dich. Komm her! Nee, lass mal. Geh mal weg. Du kannst nicht hinkommen. Mein Killer-Häschen verfolgt dich so. Ich kann hinkommen. 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 Voll getrolt. Häschen, schneller! Sprüge sie! Haha! Ah, das schaffst du noch. Ja, da sehe ich dich auch. Ja, ja, ja. Ausweich-Kofi. Ja, ja. Alter! Äh, alive! Könntest du jetzt bitte sterben? Kön- Nee. Nee. Nee, lass das einfach. Einfach nicht sterben. Jetzt habe ich nicht. Ah, easy! Boss! Win! Sehr, sehr enttäuscht. Was? Ich mag den Rüffel nicht. Ich muss den Rüffel lernen. Möchtest du mal jemandem Bösewicht sein? Nee, 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 nee. Ehrlich. Oh Gott. Da war irgendwie kein Jahr dazu. Ich weiß gar nicht, warum. Ihr wollt immer nur alle auf mir rumprügeln. Ja, klar. Logisch. Ha. Die Festung ist OP. Die Festung ist OP. Wir nehmen noch Olaf das Brot als Abschluss heute. Olaf. Olaf! Ich mag Olaf. Das ist sympathisch. Ja, ich dachte, der Hegner kommt noch vorbei. Ah, nee, ist zu Hause. Äh, Robo oder Norse Village? Ich glaube, Robo kommt. Dann Robo. Ich habe gar nichts auf dem Weg, weil er zu fach. Kein Wunder, dass man hier... Also, ich bin eigentlich nur ein Brot auf Spaziergang, ja? Und jetzt kommt ihr vier Bösewichte. Ja. Ja. Das ist bestimmt die Lore hinter der Geschichte. Ich wünsche... Mini-Brote, los! Oh. Okay, ich fall also immer in die Richtung... Alles gesloten. Alles wieder gesloten. Kann ich mich auch irgendwie bewegen? Ich brauche hier mal Hilfe. Kommt mal her. Haha, Tilly. Kommt mal her. Hehe, anledigt. Kann ich... Ich kann mich irgendwie nicht be... Ja, das Load ist auch gut. Ja, das... Das Brot bewegt sich egal. Irgendwie safe gar nicht. Ja, es kommt vor, dass du mal... Irgendwas machst. Ja. Ist gedacht, hinter mir bist du sicher, wa? Nichts ist. Ich... Mini-Mini-Brot. Die Buzz-Erin macht so viel Damage, Alter. Guck mal. Hahaha. Jetzt reicht's! Alles. Erwischt. Komm her. Ja, mein Deal ist ab. Ja. Ist das da, hä? Alter. Chillt mal ein bisschen. Nee, ich brauche mal ein bisschen... Hahaha. Da habe ich dich. Erwischt. Erwischt. Brote, zur Hilfe! Ah, sehr schön. Oh, ich habe keine Heilo mehr. Nein! Ja! Ich fasse es nicht. Die Vikings haben gewonnen. Ah, unglaublich. Wer ist es? Botsch. Nee, ist doch. War Botsch ein NPC? Ernsthaft? Möglich. Ich fasse es nicht. Play of the game der NPC. Super. Weißt du, ich war einfach nur ein Brot auf dem Weg nach Hause. Ja? Ein Brett. Und dann sowas. Ja. Es tut mir fast leid. Gut, meine lieben Freunde, das war eine Runde Boss Guard. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, gerne ein Däumchen da lassen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye. Tschüss. Tschüss.